Hallo YouTube, wir schauen uns jetzt das Video von MrWissen2go an, und zwar über steigende Gewalt an queeren Menschen. Sehr gespannt, also ich glaube, wir haben das Thema ja immer mal wieder, wir wissen zumindest, dass es steigende Gewalt gibt. Und nein, das ist nicht zu relativieren oder so, es gibt eine steigende Gewalt an queeren Menschen. Und ja, es gibt natürlich auch eine generell steigende Gewalt, was auch nicht geil ist, aber halt nochmal speziell an queeren Menschen auch. Und Transmenschen sind davon auch nochmal mehr prozentual betroffen. Also nein, damit bitte nicht relativieren. Es gibt eine steigende Gewalt, es gibt aber auch eine steigende Ablehnung gegen queere Menschen. Und nein, darin sind nicht queere Menschen selbst schuld, sondern Menschen, die aktiv Hetze betreiben gegen queere Menschen. Danke, bitte keine Täter-Opfer-Umkehrung. Das möchte ich nur mal ganz kurz als Disclaimer vorweg sagen, weil ich weiß, dass diese Kommentare kommen werden. Gerade runter in ein YouTube-Video. Also gehen wir jetzt rein in das Video. In diesem Video hier sprechen wir über psychische und physische Gewalterfahrungen. Vor allem über solche, die aufgrund sexueller Orientierung und Geschlechterdiversität stattfinden. Das solltet ihr wissen, bevor ihr euch entscheidet, ob ihr das Video anschauen wollt. Falls ihr Unterstützung braucht, dann findet ihr hier eingeblendet die Nummer der Telefonseelsorge und LSBTI-Anlaufstellen. Und auch nochmal unten in der Infobox. Eins ist klar, Gewalterfahrungen, egal welcher Art, machen immer etwas mit. Ja und Casual Minders, die meiste Gewalt von Rechtsextremen kommt, richtig. Also bitte jetzt auch nicht die Rassismus-Schiene fahren und sagen, ja das sind doch die ganzen Migrantinnen, die hierher kommen. Nein, das sind sie nicht, die meiste Gewalt. Dafür haben wir Zahlen. Könnt ihr euch gerne beim LSVD angucken, da ist das viel aufgeschlüsselt. Aber ja, die meiste Gewalt kommt von Rechtsextremen. Die sind das Problem. Also direkt nach dem Vorfall habe ich erstmal das Haus nicht verlassen, weil ich wirklich so eine tiefschlimme Angst in mir gespürt habe, dass mir was passiert. Allein von 2020 bis 2022 haben sich Gewalttaten gegen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung fast verdoppelt. Im Themenfeld sexuelle Orientierung... Ich finde das richtig kreis und ich muss sagen, ich kenne das Gefühl. Also ich habe auch, gerade je nachdem an welchem Ort ich so bin und auch wenn ich in Berlin unterwegs bin, gerade alleine ist das irgendwie uncool. Also ich habe da schon, weiß ich nicht, Respekt vor, weil es kann halt immer irgendwas passieren und man kann immer queerfeindlich eingegriffen werden. Das ist halt mir immer nur wichtig, dass ich, also ich möchte mich nicht davon einschränken lassen oder so. Ich möchte halt weiter natürlich draußen sein, ich möchte was mit Menschen unternehmen und so. Aber es gibt natürlich Sicherheitsvorkehrungen, die ich dann treffen möchte, weil ich halt Angst habe. Natürlich habe ich Angst. Wenn ich keine Angst hätte, glaube ich, dann weiß ich nicht. Wüsste ich nicht, was hier in der Welt passiert. Aber ich finde, es ist immer wichtig, damit irgendwie lernen umzugehen. Weil ich bin immer so trotzig. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Aber ich denke mir immer so, ich lasse mich jetzt nicht von irgendwelchen Arschlöchern einschüchtern. Ich will mein Leben so leben, wie es ist. Aber natürlich mache ich mir Gedanken so. Ich schicke immer wieder mal Live-Standorte, wenn ich unterwegs bin. Das ist immer sehr wichtig. Ich telefoniere oft dabei. Auch wenn das manchmal schwierig ist, weil die Stimme natürlich auch etwas sein kann, weswegen Menschen kennen können, dass ich trans bin. Und dann steigt wieder die Gefahr. Und das ist dann auch wieder schwierig. Deswegen telefonieren ist dann meistens so, dass ich eher zuhöre, als dass ich die sprechende Person bin. Der ungewohnt ist. Normalerweise bin ich die sprechende Person. Und ja, keine Ahnung. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die ich immer tue. Einfach damit es mir so ein bisschen besser geht. Natürlich, ich hatte immer öfter auch Tierabwehrspray dabei. Man weiß nie, wann man in Berlin mal von einem Löwen angegriffen wird oder so. Deswegen war mir das auch wichtig. Und mir aber abgenommen. Mal verstehen. Aber trotzdem. Ja. Gut. Weiter. Gibt es einen Anstieg von fast 50% im Vergleich zum Vorjahr? Die Strafe... Wir haben ja quasi angefangen, weil wir einfach nicht so sind, wie die uns haben wollen. Das stimmt natürlich auch. Das stimmt, das ist ja logisch, dass dann Menschen sich denken, boah, Menschen sind, wie sie sind. Boah, nee, das hasse ich, die schlage ich. Und das stimmt. Sehr verstanden. Straftaten in Bezug auf Ich muss auch was teilen, letzte Woche wurde ich von AfD dann beleidigt, die mich als S- oder Mann beleidigt haben, hinterher haben sie geschrien, AfD an die Macht und haben Moment, ich muss weiterleben und haben diese rassistische Vigie des Kinolines gesungen, ich bin so froh, dass es nicht mehr passiert ist, aber das tut mir leid, ja Es ist halt leider, es ist ein Alltag Es ist Alltagsdiskriminierung, also es passiert wirklich regelmäßig Es ist nicht mal so, es gibt ein paar Dullis, die dann da irgendwo sind, im Internet und das sind nur Trolle, nein, es ist ein wirkliches Problem in unserer Gesellschaft Gerade queere Personen können davon ein Lied singen, dass Diskriminierung und Diskriminierungserfahrungen leider Alltag sind und nicht nur eine kleine Gruppe betreffen Das ist in der Gesellschaft sehr stark verankert Und von der Fünf, vielen Dank für den Geschlechtliche Diversität haben sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt Straftaten meint hier zusammengefasst übrigens verbale Diskriminierungen, Drohungen und auch körperliche Gewaltangriffe Nicht nur die körperlichen Angriffe liegen schwer Die verbale Gewalt ist ein Einstieg Menschen auszugrenzen und einen oben und unten zu schaffen Aber warum steigt die Anzahl der angezeigten Gewalttaten aufgrund sexueller Orientierung oder Ich würde jetzt mal raten Also da führen mehrere Wege hin Also es gibt natürlich mehrere Gründe die Sachen den Anstieg mit verschulden So, wir haben einmal eine steigende öffentliche Wahrnehmung von queeren Menschen weil mehr queere Menschen sich halt mehr äußern können weil queere Menschen jetzt im Gegensatz zu vor 100 Jahren deutlich sicherer leben können immer noch nicht gut aber es ist ein Anfang und gerade auch durchs Internet bekommen natürlich queere Menschen mehr Aufmerksamkeit und eine Stimme aber was ziemlich gut ist was sehr positive Sachen sind Gleichzeitig werden sie halt auch damit dann mehr Zielscheibe für irgendwelche rechten Menschen und Rechtsextremen die das nicht geil finden dass queere Menschen da sind und existieren und die wollen erst recht nicht, dass die existieren dass man sie hört oder so das wäre richtig das wäre richtig schlimm und dass sie überhaupt mal eine Stimme bekommen deswegen da ist natürlich dann einfach eine größere Aufmerksamkeit drauf und mehr Menschen die eh schon ablehnt sind werden halt aggressiver und das ist nicht die Schuld von queeren Menschen dass sie existieren und auch mal eine Stimme haben in dieser Gesellschaft sondern die Schuld von den Rechtsextremen die halt eben dann gegen queere Menschen vorgehen das gepaart mit der Hetze die gepaart wird durch AfD oder generell PolitikerInnen auch in der CDU die diese Hetze mittragen das haben wir auch in anderen Ländern in England zum Beispiel auch ganz groß auch wo große UnternehmerInnen und AutorInnen also ganz wie das Beispiel jetzt gerade die ganzes Geld da rein investieren ihre Reichweite investieren um gegen queere Menschen und marginalisierte zu hetzen wir sehen es in Amerika wo natürlich auch jetzt gerade wieder die hier mit Trump und alles die ganze Sippe da sehr krass hetzt auch in einzelnen Staaten wo sehr viel gehetzt wird gerade speziell nochmal gegen Trans-Personen aber generell auch gegen queere Menschen das heißt wir haben einfach eine sehr große politische Stimme gegen queere Menschen so was ein riesiges Problem ist und natürlich also das ist auch etwas was sich ausweitet auf die Gesellschaft weil natürlich die haben eine große Reichweite eine große Stimme das nehmen natürlich viele Menschen auch mit in den Alltag und genau das befeuert das Ganze dann zusätzlich ist aber nicht nur die Politik dran schuld sondern auch erstmal viele Menschen aus der Gesellschaft die nichts dagegen sagen das ist ein ganz großes Problem bitte steht auf wenn ihr Queerfeindlichkeit erlebt wenn ihr nicht wisst wo fängt jetzt Queerfeindlichkeit an bitte setzt euch mit dem Thema auseinander es ist sehr wichtig dass ihr auch sensibler dafür seid dann könnt ihr auch besser dagegen vorgehen und auch mal was sagen wenn das passiert dann haben wir natürlich große Medienhäuser das Problem ist an großen Medienhäusern mal wieder wir leben in einem Kapitalismus und die haben sehr viel Geld und die haben sehr viel Macht und sehr viel Reichweite das heißt einmal vordergründig können sie halt hetzen gegen queere Menschen das sehen wir kompakt kompakt ist ja jetzt verboten das ist sehr schön wir sehen das bei Bild Bild und die Welt also generell Axel Springer Verlag die sehr viel Hetze betreiben in Form von Artikeln gegen queere Menschen das natürlich auch wieder ein Bild formt und es gibt leider sehr sehr viele Menschen die die Bild lesen oder die die Welt lesen und das formt natürlich auch deren Denken das heißt die bekommen diese Hetze immer wieder mit und glauben dann diese Hetze natürlich auch und das führt natürlich auch zu Gewalt in der Gesellschaft und diese Unternehmen haben natürlich dann auch nochmal viel Geld und haben dadurch natürlich auch Macht auf andere Institutionen vor was ihnen natürlich noch mehr Reichweite bringt das heißt wir haben mehrere Faktoren von rechtsextremer Hetze die natürlich in der Gesellschaft ankommt obviously einfach weil sie natürlich an queeren Menschen einfaches Feindbild gefunden haben weil queere Menschen sich auch nicht so gut wehren können weil queere Menschen sind eine marginalisierte Gruppe die eh unterdrückt wird und viel unterdrückt wurde noch viel mehr und auch immer noch diskriminiert wird und wir haben dadurch die viele Diskriminierung gibt es viele queere Menschen auch potenziell also prozentual mehr Menschen die halt arbeitslos sind oder die diskriminiert werden am Arbeitsplatz und weniger verdienen aufgrund der Diskriminierung das heißt auch innerhalb von queeren Menschen gibt es sehr wenige mit viel Geld oder die meisten halt mit wenig Geld und wir können es halt auch nicht wehren gegen gegen halt riesige Medien Unternehmen und wo die halt aktiv Stimmung gegen queere Menschen machen das heißt sie sind halt auch einfach ein leichtes Ziel und das machen die sich natürlich zunutze das wäre jetzt so meine Theorie meine Theorien Schlechtsidentität immer weiter an und bedeutet das auch dass es tatsächlich mehr Gewalt gegen diese Menschen gibt wir haben uns außerdem die Frage gestellt was lässt sich über das Täterprofil sagen wer steckt dahinter was eben noch auffällig jetzt würde ich gerade einfach mal ganz traurig sagen leider nicht nur hart rechtsextreme Menschen sondern inzwischen ist das sehr angekommen in der Gesellschaft leider natürlich ist das dank diesen Menschen so dass die das halt immer weiter in die Mitte der Gesellschaft gebracht haben die AfD ist da auch sehr gut drin die will natürlich auch solche Sachen dann in die Mitte der Gesellschaft zu bringen oder in die breite Masse zu bringen ich wünschte auch es wäre ich erst dass diese Gewalttäter häufig das Gefühl haben sie handeln jetzt nicht als Einzelperson sondern da gibt es eine ganze Gruppe die sie unterstützt und was können wir als Gesellschaft dazu beitragen dass die Zahl der Gewalttaten nicht noch weiter steigt alles das klären wir jetzt in dieser Folge MrWissen2Go exklusiv Darmstadt im Jahr 2022 hier in der Eventlocation Zentralstation findet eine Party statt auf der Emil mit seinen Freunden wäre schon mal gut wenn Leute diskriminieren und nicht runterspielen das wäre schon mal ein ganz ganz großer Stepjahr einfach wenn Menschen von Diskriminierungserfahrung Diskriminierung in einer Szene reden zum Beispiel dass man das nicht runterspielt sondern der Person vielleicht auch erst mal zuhört Freunden und Freundinnen feiert und dann sind wir gegen halb drei nachts rausgegangen und haben auch irgendwie so ein bisschen geplant was wir jetzt noch irgendwie aus der Nacht rausholen wollen es ist kurz nach Mitternacht als sich ihnen vor dem Club eine Gruppe Männer nähert und dann sind irgendwann fünf Jungs an uns vorbeigelaufen und haben uns Schwuchteln genannt und Transen und Homos und solche Begriffe sind gefallen zwei Sekunden später höre ich nur noch wie jemand zu mir sagt du scheiß Transe und mir mit der Faust ins Gesicht schlägt aber ich möchte was das angeht nochmal ganz kurz hier nennt sich die Gewaltpyramide und Diskriminierung und zeigt halt auch so ein bisschen da was zu was führt und womit das anfängt ich finde die immer ganz wichtig zu sehen ich finde die auch sehr wichtig nochmal ein bisschen zu verbreiten weil auch gerade in den Fällen die auch zum Beispiel in der Influencer Szene abgehen auch wieder sehr aktuell sind aber auch in anderen Szenen aber auch generell gesamtgesellschaftlich ist das halt ein großes Problem und da wollte ich die mal ganz kurz nochmal zeigen weil das fängt nicht an mit Gewalt mit körperlicher Gewalt so das fängt nicht an mit Menschen werden getötet oder werden werden geschlagen sondern schon viel viel früher und wir haben das Problem dass diese Vorschritte immer wieder einfach runtergespielt werden und verharmlost werden das habe ich immer wieder wenn ich auf diese Probleme aufmerksam mache im Internet egal wo kommen natürlich gegenreden und sagen ja das ist ja nicht so schlimm das war ja nur ein Witz oder solche Geschichten ich glaube das kennt jeder von euch wenn man irgendwie darauf aufmerksam macht und dann kommt halt zurück so ja aber nimm das doch nicht so ernst und das war doch nur ein Witz und das ist doch gar nicht so schlimm halt immer so eine Relativierung von dem Ganzen aber das fängt halt schon sehr sehr früh an das ist bei dieser Einstellung und Überzeugung dass man diese Einstellung hat und diese Überzeugung hat das kommt natürlich auch von einem gesamtgesellschaftlichen Problem dass wir halt das auch anerziehen das ist ein gesellschaftliches Problem dass wir solche Einstellungen und Überzeugungen tief in der Gesellschaft verankert haben das heißt Menschen bekommen sowas auch direkt in der Erziehung mitgegeben dann gibt es aber natürlich auch Menschen die das nicht nur mitgegeben haben denen das mitgegeben wurde sondern die auch zusätzlich diese Einstellung auch noch sehr krass vertreten und sehr überzeugt von dieser Geschichte sind und hier höre ich zum Beispiel auch wieder oft so ja ist doch nur deren Meinung so nein das ist nicht nur deren Meinung das ist eine Meinung die zu weiterem führt wo wir gleich drauf eingehen werden und das ist eine das ist das ist eine Meinung die einfach diskriminierend ist und menschenfeindlich ist und das ist für mich eben keine Meinung es wird immer wieder runtergespielt als ist doch nur eine Meinung aber nein das ist da fängt Diskriminierung schon an das ist nicht einfach nur ein Meinungsbild oder ähnliches so dann führt das hin zu Mikroaggressionen das sind subtile oder absichtlich oder unabsichtliche das kommt halt mit sozialerem Ausschluss einher und das kann auch unabsichtlich passieren das wissen viele nicht aber man kann auch unabsichtlich diskriminierend sein das heißt nicht dass ihr von Grund auf ein schlechter Mensch seid wenn ihr das nicht sein wollt sondern das sind Sachen die halt zum Beispiel auch anerzogen sind das heißt wenn jemand euch aufmerksam macht auf das Thema und sagt ey übrigens das war schon jetzt ein bisschen diskriminierend das war nicht cool dann seht das bitte nicht als direkten Angriff auf euch als Person als ganze Person sondern versucht daraus zu lernen und sagen okay was war denn daran jetzt falsch weil ich möchte das ja gar nicht sein was kann ich denn besser machen um nicht diskriminierend zu sein weil wir alle auch inklusive mir haben diskriminierende Ansichten halt beigebracht bekommen das war auch ein sehr schwieriger Weg für mich anfangs diese internalisierte Diskriminierung also auch gegen mich gerichtete Diskriminierung von mir selbst zu hinterfragen und das ist auch immer noch ein Prozess also es ist nicht so dass ich sage boah die Ansichten die ich beigebracht bekommen habe sind jetzt komplett weg oder so sondern es ist ein stetiger es ist halt Arbeit es ist nicht toll und schön und supi aber es ist ich möchte ja dass es besser wird so und deswegen hatte ich auch Anfang Angst das mir einzugestehen dass ich trans bin wegen dieser tiefen tiefsitzenden Diskriminierung gegenüber trans Menschen oder Bildern gegenüber trans Menschen die halt gesellschaftlich geprägt sind weil ich dachte oh das ist trans aber inzwischen weiß ich so okay das was ich beigebracht habe ist vielleicht gar nicht richtig gewesen ähm und es ist eigentlich auch gar nichts Schlimmes das heißt es kann auch viel beigebracht sein aber es kann natürlich auch absichtlich sein und dazu gehören auch zum Beispiel Witze also man kennt also ich glaube jeder von euch kennt so Witze die einfach diskriminierend sind gegenüber Frauen gegenüber queeren Menschen gegenüber ausländischen Menschen und so weiter und so fort also da gerade auch Menschen mit Behinderung sind ich glaube jeder von uns kennt solche Witze die einfach nicht okay sind aber sie werden halt so getan als wäre das in Ordnung weil das ja nur ein Witz da ist und deswegen das kommt halt alles so ein bisschen subtil mit und Menschen denken halt nicht bei einem Witz direkt an Diskriminierung nicht gesamtgesellschaftlich das ist vielleicht bei uns in der Bubble schon eher so ein Ding dass da viele Menschen vielleicht weiter aufgeklärt sind und sowas eher erkennen aber wir müssen immer noch sehen dass das gesamtgesellschaftlich kein Ding ist dass du denkst oh das ist aber jetzt problematisch das ist ein Ding wo man hinkommen muss es gibt inzwischen Dinge die eher gesamtgesellschaftlich gesehen werden als ein Problem auch in einem Witz aber das ist auch ein Weg gewesen bis das da angekommen ist das ist auch noch nicht immer so deswegen müssen wir immer wieder diese Aufklärung leider machen und immer wieder drüber reden und sagen ey das ist nicht cool aus den und den Gründen kannst du das bitte lassen das wäre halt schön so und das kommt aber auch mit Falschdarstellung einher diese Mikroaggression von diesem Bild was man verinnerlicht hat über gewisse Personengruppen und deswegen stellt man natürlich auch Menschen so da über dieses Klischee viele Klischees sind da auch mit genau und deswegen halt man Sachen sagt die diskriminierend sind aufgrund von einem Klischee was man im Kopf hat das sind halt so Mikroaggression dann kommen wir halt so wie bei einem Ausdruck und das sind halt Sachen wie sexuelle Belästigung und auch sexualisierter Humor dass da gehen wir dann in eine andere Schiene in eine offensichtlichere Schiene auch noch leider nicht in allen Teilen offensichtlich aber natürlich so ist die sexualisierte Belästigung oder wirklich sexualisierter Humor manche tun das ab als schwarzen Humor also in diese wirklich problematische Schiene wo Menschen trotzdem das als Humor abtun auch wenn es das definitiv nicht ist schwarze Humor manchmal oder sehr oft leider einfach nur eine Ausrede um Arschloch zu sein leider und halt auch sexuelle Belästigung aber da gehören halt auch Sachen zu wie andere Ausdrücke wie wir gerade eben gehört haben also wirklich Beschimpfungen und das alles führt zum anderen dadurch dass man das macht normalisiert man immer den Schritt halt da drüber also mit der Einstellung Überzeugung indem du das kleinredest machst du das hier normaler indem du Mikroaggressionen kleinredest machst du verbale Ausdrücke als normaler weil wenn wir hier sind finden wir das hier schlimmer als wenn wir hier sind an dem Punkt an der Aufklärung und an dem Punkt im Denken weil das halt weiter von uns weg ist das heißt unser Ziel sollte sein hier bis bis also wir sollten unser Ziel sollte nicht hier sein sondern dass wir einfach keine Diskriminierung haben weil dann ist nämlich gerade sowas für uns und verbale Ausdrücke und sowas wirklich sehr weit weg und wirklich eine Grenze die halt wirklich schlimm ist aber selbst verbale Ausdrücke werden halt immer noch sehr runtergespielt so dann haben wir den nächsten Step der geht dann zu physischer Gewalt physische Gewalt ist ein Punkt den Gott sei Dank habe ich im Gefühl immer noch viele ablehnen leider nicht genug gerade gegen marginalisierte Gruppen gibt es natürlich immer wieder Aufrufe von physischer Gewalt aber natürlich auch physische Gewalt die wirklich stattfindet ja und physische und sexuelle Übergriffe das ist auch ein Thema was steigt halt eben auch an queeren Menschen so und dann der letzte Step ist halt eben Homizid und Suizid also dass sich Menschen aufgrund der Diskriminierung die hier aufgebaut wurde in der Gesellschaft umbringen und sich das Leben nehmen und nein das tun die nicht weil die homosexuell sind das tun die nicht weil sie trans sind sondern aufgrund der Gesellschaft wie sie damit umgeht das ist nicht einfach nur ein Ding so ich bin trans jetzt bringe ich mich um trans ist nichts Schlimmes trans zu sein ist nichts Schlimmes was das Schlimme ist ist eben die Anhaltediskriminierung in der Gesellschaft und deswegen bringen sich Menschen um genauso wie halt auch Homizide also auch Mord und Femizide fallen darunter und auch Mord aufgrund von von Queer-Sein und Co das sind halt auch Sachen das ist dann halt die Spitze von dem Ganzen so und das Ganze ist aber halt nichts was einfach aus dem Nichts passiert das Ganze läuft durch diese ganzen diese ganzen Punkte das heißt es ist nicht überraschend dass Menschen sich umbringen aufgrund der Diskriminierung es ist nicht überraschend dass Menschen getötet werden so es passiert aufgrund dass wir das hier erlauben und dass wir das als okay und ist ja nur ein Witz abtun aufgrund dessen passieren solche Dinge das heißt wenn wir das nicht normalisieren ist sowas halt auch weiter weg und das wäre sehr sehr schön deswegen bitte also bitte bitte ich finde das immer das diese ganze Grafik erklärt das ziemlich gut ähm fällt das auch gerne ich finde das sehr sehr wichtig ist halt die Gewaltpyramide nennt sich das vielleicht mal wichtig einfach mal durchzugehen mit den ganzen einfach Gewaltpyramide googeln da findet man ganz ganz viele davon äh hab ich auch gerade gemacht genau war mir einfach nochmal wichtig das vielleicht nochmal zu zeigen ich finde das Schaubild nämlich sehr sehr gut findest du Humor hat in privaten Grenzen ja definitiv also für mich ja ähm damit normalisierst du es halt auch im Freundeskreis natürlich hat das auch einen Einfluss natürlich nicht so groß wie wenn du es auf einer Bühne machst ich finde das ist schon ein großer Unterschied ähm ich finde auch dass Humor in also im privaten nochmal anderen Impact hat als in der öffentlichen Raum ne ich finde man hat da deutlich einen Unterschied an ähm halt an Impact ne es hat einen ganz anderen Impact wie wenn du das in der Öffentlichkeit machst ich finde schon das ist ein Unterschied definitiv äh für mich auch in meinem Freundeskreis ich hab da schon Grenzen ne es gibt schon Dinge wo ich sag ey das kannst du so nicht sagen bitte tu das nicht in meiner Nähe oder tu das bitte einfach generell nicht das ich finde das nicht cool diese Art von Humor das gibt es für mich definitiv ne das hat natürlich auch jeder Mensch da andere Grenzen ich finde nur wichtig dass man sowas dann im Hinterkopf behält ne ähm ich finde auch in einem Kreis wo alle wissen also im kleinen Kreis wo alle wissen dass das nicht so also nicht böse ist dass alle wissen dass es eine andere Einstellung ist finde ich es weniger schlimm also ich finde auch da trotzdem gibt es deutliche Grenzen ne also für mich einfach wenn man sich niemals angegriffen fühlt finde ich ist jeder Humor gerecht finde ich auch schwarzer Humor da ist halt die Sache erstens selbst wenn die Menschen nicht mit im Raum sind normalisierst du damit das hier ne also das worüber ich eben geredet hab normalisierst du damit ähm das ist halt das Problem damit und äh die Frage ist halt woran machst du fest dass ich ne ich finde das sollte halt auch eine Sache sein die dann im ähm im privaten Rahmen je nachdem was man sich da aufgebaut hat für ein Umfeld definitiv ansprechbar sein und darüber gesprochen werden aber ja ganz gewaltte Frage bei Spielen wie Cards Against Humanity wie ist das denn da da geht es ja darum unter die Gürtellinie zu gehen wie gesagt meine Grenze gibt es da auch es gibt da Dinge die ich auch absolut nicht cool finde bei Cards Against Humanity ähm wie gesagt es kommt super drauf an wie offen auch der Freundeskreis darüber redet und das auch reflektieren kann da kann ich sagen oh da gibt's dir das und das ist die Grenze ne das kann ich nicht will ich auch gar nicht da hat jeder nochmal eine eigene Grenze ähm ich möchte nur dass sowas vielleicht nochmal im Hinterkopf behalten wird ne ich sag nicht ist es jetzt verboten dass ihr diesen Humor da im privaten macht ich hab gesagt ich fühle mich damit nicht wohl ich fühle mich damit in meinem Umfeld nicht wohl ich fände es schön wenn ihr das zumindest im Hinterkopf behaltet und es reflektiert ne also ich finde es ist was anderes wenn man dieses Spiel einfach so spielt oder das eben auch reflektieren kann und sagen kann ey das ist jetzt für dieses Spiel und danach wissen wir dass das nicht cool ist und nicht in Ordnung ist so und das finde ich also mit unreflektierten Menschen die dieses Spiel spielen weiß ich nicht mit reflektierten Menschen die dieses Spiel spielen schon eher also deswegen da ich würde da gar keine klare Kante oder sowas aufmachen oder ähnliches auch für mich nicht weil es gibt sicherlich Orte da ist das eine okay und das andere nicht also da wie gesagt da muss jeder auch noch die eigene Grenze ziehen kann das nicht verbieten und will das auch gar nicht aber ich finde man sollte sowas trotzdem im Hinterkopf behalten das wäre sehr schön wenn zumindest mehr drüber nachgedacht wenn es immer schön komplett auf die Art ankommt wie man sein Gegenüber kommuniziert dass für einen persönlich solche Äußerungen nicht okay sind habe es auch schon erlebt dass ich dann als dumm und ungebildet bezeichnet werde was für mich eine starke Abwehrreaktion bewirkt hat wo ich dann privat damit auseinandergesetzt habe das glaube ich ja also es ist ja auch normal es ist auch sehr menschlich es ist wichtig wie du das so ein Beispiel ja auch reflektiert hast so und das ist super wichtig dass man das aber natürlich wenn du sagst wenn du so kommst und sagst du bist dumm und ungebildet dann ist natürlich das erste was passiert eine Abwehrreaktion das ist ganz natürlich so das hat jeder Mensch das habe ich auch wichtig ist dass man halt sich danach mit auseinandersetzt natürlich wenn man das in dem Moment kann ist natürlich cool wenn man das anders anspricht ich verstehe aber auch wenn das nicht immer geht also gerade wenn man betroffen ist von Diskriminierung und das tagtäglich damit zu kämpfen hat ist nett und freundlich nicht immer möglich so und das würde ich auch von niemandem erwarten aber ich finde es schön wenn nicht mit meinem Deadname Witze gemacht werden aber ansprechend traue ich mich das im Verwarten auch nicht das tut mir sehr leid ja aber ich verstehe das sehr dass damit Witze einfach nicht cool sind bin ich voll bei dir mit Menschen die ich da potenziell ernst meinen könnte möchte ich das persönlich auch gar nicht zu tun haben ja das kommt auch noch dazu ja ich finde sowas schon krass gerade unter Freundin sollte sowas No-Go sein dann gehe ich auch mit deswegen also ich würde auch nicht sagen boah ist es super wichtig Cars Against Humanity zu verbieten oder sowas wie gesagt ich fühle mich unwohl bei vielen Sachen damit und da ist dann meine Grenze einfach aber wie gesagt wenn ihr das mit Menschen spielt die reflektiert drauf schauen können dann do it so I don't know ich kann da nicht drauf gucken und will ich auch nicht ich möchte nur bitte behaltet das im Hinterkopf bitte behaltet einfach das was wir hier gerade sehen im Hinterkopf und reflektiert das das ist einfach nur mein Aufruf das wäre mir sehr lieb wollen wir weiter gucken ich habe jetzt richtig viel gelabert aber vielleicht war das auch richtig keine Ahnung ich würde einfach mal das Video weitermachen aber das war erst der Anfang lustig machen die sowas ernst meint und das kann halt auch Coping sein das kann ein Coping sein mit Menschen die das halt ernst meinen damit man sich so ein bisschen darüber lustig macht dass man das halt selbst auch besser verkraften kann wenn du verstehst einfach so halt dieses rauslassen dieses Bullshit rauslassen und wissen okay das ist jetzt hier Coping und das ist ein Umgang damit einfach damit ich mit den Sachen im Alltag halt besser umgehe man kann ja auch mit Rücksicht aufeinanders spielspielen das geht übrigens auch bei Cards Against Humanity finde ich persönlich wenn man das mit gutem Front in den Spiel sollte man auch abschätzen können ob die Karte die man auf der Hand hat produziert was Negatives in jemanden der Anwesen auslöst absolut man kann ja auch darüber reden man kann auch während des Spiels darüber reden das geht auch ich finde auch nicht dass das Spiel das Spiel kaputt macht wenn man währenddessen aufeinander achtet und nachfragt generell fände ich es schön wenn wir einfach auch gesellschaftlich einfach mehr aufeinander achten würden und auch gerade bei sowas reden darüber reden auch mit allen Teilnehmenden die dann dabei sind darüber reden man kann auch übrigens nach dem Spiel darüber reden auch mal ob irgendjemand sich unwohl gefühlt hat oder so ich finde das ist nichts was irgendwie nervt oder unschön ist sondern einfach eine schöne Geste zu fragen ey war das okay für dich oder wie hast du das empfunden den heutigen Tag also keine Ahnung finde ich schön Lisa aus dem Mr.Wissen2go Exklusivteam hat Emil in Berlin besucht wie hat sich die Situation dann aufgelöst wir haben uns dann zurückgezogen in Richtung Luisenplatz und dann haben wir uns halt erst mal settlen müssen ich weiß auch noch mein bester Freund der hatte ein komplett blutverschmiertes Gesicht das war irgendwie so so ein schlimmer Moment Emil erstattet Anzeige seine Verletzungen an der Lippe und an der Brust werden von Ärzten im Krankenhaus dokumentiert das Team der Zentralstation unterstützt Emil mit einem Instagram Post bei der Zeugensuche aber alles erfolglos ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen der Ermittlungen trotz der Sichtung der Videoaufzeichnung am Luisenplatz sowie der Vernehmung von Zeugen nicht ermittelt werden hat das für dich dein Gefühl in den Straßen Darmstadt unterwegs zu sein verändert also direkt nach dem Vorfall habe ich erst mal das Haus nicht verlassen glaube ich ist halt auch erst mit einfach mega krass also Schocksituation und natürlich auch etwas was halt hart gegen die Psyche geht also physische Gewalt ist natürlich etwas was sich auch auswirkt auf die Psyche und natürlich hat man Angst so natürlich und das ist verständlich weil ich wirklich so eine tief schlimme Angst in mir gespürt habe dass mir was passiert naja ne Sarkasmus Ironie ETC sind ja auch eben genau solche Copying Mechanismen ich habe mich da voll dabei wo ich sarkastisch unfassbar doofe Sachen rauszaube weil ich irgendwie mein Fuß loswerden will absolut ne absolut also deswegen das verstehe ich sehr gut und auch dadurch dass einfach irgendjemand mir einfach so für meine Identität ins Gesicht schlägt habe ich auch das Vertrauen einfach in jeglichen Menschen so verloren gehabt und ich weiß noch als ich dann angefangen habe wieder rauszugehen habe ich auch irgendwie Mütze Sonnenbrille und Maske getragen weil ich so eine panische Angst hatte dass man mich jetzt auch vielleicht irgendwie erkennt oder keine Ahnung was bin auch erst mal nicht arbeiten gegangen also ich glaube mein Sicherheitsgefühl und auch irgendwie vor allem was abends weggehen angeht oder so das habe ich bis heute nicht wieder hast du das Gefühl du kannst trotzdem damit irgendwie abschließen ich glaube so richtig abschließen kann man wahrscheinlich nie damit oder kann halt lernen damit umzugehen also keine Ahnung aber abschließend ist es ziemlich schwierig weil man das halt immer im Hinterkopf irgendwie hat vielleicht nicht mit diesen Gefühlen ist Emil nicht alleine das einzige was ich verstehe das macht ich mit Mental Health auch das glaube ich aber nicht was die meisten damit meinen es ging ja darum wenn keiner dabei ist den das verletzt das doch Diskriminierung Sprache ist okay wenn keine betroffene Person anwesend ist würde ich sagen wir sind da recht nah beieinander also ja ich würde auch sagen dass also Diskriminierung Sprache ist nicht okay wenn Menschen nicht da sind finde es hier kann es aber trotzdem auch ein Coping Mechanismus sein weil auch wenn ich nicht betroffen bin von gewissen Themen können mir die Sachen ja trotzdem nahe gehen und das sind jetzt trotzdem keine Sachen die ich dann öffentlich raushauen würde einfach weil das auch einen Impact hat und natürlich Menschen erreicht die das dann ernst nehmen das normalisiert das Ganze aber natürlich kann ich auch also mitfühlen und Sachen richtig scheiße finden und das auch manchmal raus muss ich weiß nicht ob das Sinn macht wenn man so etwas hört dann fragt man sich immer wer macht denn sowas wer steckt dahinter und warum steigen überhaupt die Zahlen von Gewalttaten gegen Menschen der LSBTI Community in Deutschland immer weiter an Luise aus dem MrWissen2go Exklusiv Team hat diese Fragen mitgenommen zu Matthias Kauf Matthias Kauf ist Professor für Sozialpsychologie an der Medical School in Hamburg er befasst sich mit der Entstehung von Vorurteilen und Diskriminierung Wieso entsteht gerade jetzt Gewalt gegen die LSBTI Community Zum einen ist das dass einfach die Sichtbarkeit höher ist als noch vor ein paar Jahren das heißt queere Menschen finden in der Öffentlichkeit stärker statt das führt bei manchen Menschen zu einer Überforderung die erleben dann auch eine Form von Bedrohung oder eine gewisse Unsicherheit Überforderung weiß nicht ob ich das vorzuwählen würde ansonsten habe ich basically dasselbe auch geben gesagt aber ich weiß keine Ahnung ich finde Überforderung klingt so entschuldigend wenn ihr wisst was ich meine das ist so die sind einfach überfordert mit dem ganzen also die sind ja von mir aus sind sie überfordert aber aufgrund deren Einstellung zu queeren Menschen sind sie überfordert und die ist ja dann das Problem ja auch dass die Gesellschaft extremer wird dass es immer mehr Gegenbewegung gibt also queerfeindliche Aussagen werden wieder häufiger wahrnehmbar in der Öffentlichkeit was kann man denn so grundsätzlich vielleicht auch nochmal über Täter und Täterinnen Profile sagen wir wissen eigentlich relativ wenig über die Täter jetzt mal bewusst nicht gegendert weil die meisten davon sind männlich das jetzt gesagt wäre wieder schlimm gewesen wir wissen aus den Polizeikriminal Statistiken dass der allergrößte Teil aus dem rechtsextremen Milieu kommt ja richtig aus dem rechtsextremen Milieu nicht von Menschen die hierher flüchten nur mal ganz kurz nochmal an alle Kommentarschreiber die gerade schon fleißig am tippen sind wir haben einen gewissen Anteil von religiös motivierten Straftätern in dem Bereich der ist aber wesentlich geringer als der von rechtsextremer Seite kommt da natürlich auch also muss man auch sagen dass da ja auch eine rechte also auch im religiösen Milieu halt rechte und rechtsextreme Meinungen vertreten sein können inwiefern kann man vielleicht gerade auch beobachten dass das eine Generation Frage ist vor zehn Jahren vor fünf Jahren hätten wir auf die Frage nach die Antwort bekommen dass das eine Frage der älteren Generation aber das ist nicht mehr so leider und das sehe ich halt wirklich stark im verschulden von Menschen also von AkteurInnen wie der AfD und weiteren rechten Akteuren die halt viel auf Social Media sehr präsent sind sehr viel Macht haben Elon Musk hat auf Twitter sehr viel Macht und da ist klar was hochgerankt wird oder was gelöscht wird also das sind alles Dinge das erreicht halt eher das junge Publikum wir sehen auf TikTok wie stark Rechtsextreme sind meines Erachtens nach ist daran auch ein bisschen die Algorithmus Frage schuld weil rechter Content einfach polarisierender ist und das bekommt natürlich mehr Aufmerksamkeit ist auf Social Media natürlich auch noch besser monetarisierbar also wenn es viele Klicks bekommt und halt so aufregger Thema sind und das sind halt Sachen die Rechtsextreme halt Populismus was einfach Populismus ist und Populismus ist halt etwas Aufregersachen und Aufregersachen werden gut geklickt und die werden größer gerankt damit mit den großen Klickzahlen lässt sich natürlich viel Geld verdienen das heißt rechter Populismus ist einfach sehr sehr gut monetarisierbar und deswegen würde ich da auch Schuld mit auf die Social Media Plattform schieben aber auch auf die Gesellschaft die halt eben da drauf klickt und das guckt also es ist nicht nur Problem von den Seiten hier sowas zulassen sondern auch von den Menschen die das halt pushen und gucken da entsteht nicht jetzt der Hass war schon immer das stimmt ja nur mit mehr Sichtbarkeit und Betroffenen wird auch Diskriminierung dieser Sichtbarer und steigt halt an ja dann steht liegt einfach viel an vielen Informationen internalisierten Hass viel in der Aufklärung und auch dass sich das Problem erledigen wird wenn jüngere Leute nachwachsen mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher es gibt relativ wenig Studien dazu aber was andere PraktikerInnen berichten ist dass sie gerade auch bei Jugendlichen ein Anstieg an Ressentiments gegen viele Menschen aber eher bei männlichen Jugendlichen also wir sehen dass die weiblichen eher progressiver werden und die männlichen halt eher konservativer und rechter und das heißt auch da ist es da auch wieder eine Kluft also ja junge Menschen aber hauptsächlich junge Männer da eher das Problem was eben noch auffällig ist ist dass diese Gewalttäter häufig das Gefühl haben sie handeln jetzt nicht als Einzelperson sondern da gibt es eine ganze Gruppe die sie unterstützt und das führt mich wieder zurück zu dem gesellschaftlichen Klima was sich eben verändert hat sprich wenn wir es tolerieren als Gesellschaft dass queer feindliche Aussagen ansteigen dann laufen eben auch Gefahr dass es immer mehr Täter gibt die das Gefühl haben sie handeln im Sinne einer größeren Gesellschaft richtig genau sie fühlen sich legitimiert in ihrem Handeln und deswegen wie wir eben die Gewaltpyramide nochmal angeschaut haben führt das halt eben auch zu Gewalt das heißt auch eine Hetze die zum Beispiel ein J.K. Rowling macht die das auf einer sehr sehr großen Bühne macht also die ist gerade einfach die ein Feld die größte Bühne als Einzelperson hat was sowas angeht dass das einen großen Impact auf die Gesellschaft hat das ist sehr traurig aber das funktioniert leider allein von 2022 auf 2023 verzeichneten Straftaten gegen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung einen Anstieg von etwa 50% seit 2015 haben sich die Zahlen sogar beinahe versiebenfacht Tendenz steigend seit 2020 werden gesondert auch Gewalttaten aufgrund geschlechtsbezogener Diversität erfasst auch hier haben sich die erfassten Straftaten von 2022 auf 2023 verdoppelt 2023 gab es allein 228 angezeigte Gewaltdelikte aufgrund sexueller Orientierung in 1499 angezeigten Fällen waren es verbale Angriffe wie etwa Drohungen Beleidigungen und Diskriminierungen das heißt täglich werden in Deutschland durchschnittlich etwa vier bis sechs Menschen der LSBTI Community angegriffen und das möchte ich jetzt einfach nochmal wirken lassen nein es ist nichts seltenes nein es ist nichts was mal von einer kleinen extremen Randgruppe passiert das passiert oft und das passiert viel das passiert täglich mehrmals und das ist kein kleines Problem das ist also ihr könnt mir nicht sagen dass das nur ein kleines Problem ist und dass das nicht problematisch ist dass wir diese Zahl da haben und auch wenn die Zahlen der erfassten Taten vergleichsweise klein wirken hinter jeder Zahl steckt ein Mensch einer von ihnen ist zum Beispiel Emil aus unserem Video und dann kommt noch dazu dass es halt verschiedene Schätzungen gibt wie nicht angezeigt werden die auch nochmal ich glaube der hat irgendwie 80% oder so geschätzt die nicht angezeigt werden das ist ja auch nochmal die Dunkelziffer ist ja nochmal deutlich und während unserer Recherchen kommen wir auch mit vielen anderen Betroffenen ins Gespräch so erzählt uns zum Beispiel Transfrau Gloria im Telefonat folgendes wir waren eingekreist von ca. 15 Leuten die uns beleidigten mir Morddrogen und Viertel Vorbot aussprachen sie haben mich getreten bespuckt und haben das gefilmt in einem anderen Fall berichtet uns Kasim im Telefongespräch an einem Tag wurde uns eine Glasflasche hinterher geworfen an einem anderen Tag wurden wir von einer Gruppe Jugendlichen beschimpft ich habe sofort die Hand meiner Freundin losgelassen weil ich Angst hatte dann ist aber einer aus der Gruppe mit seinem Fahrrad in meine Beine gefahren die Polizei hat uns bestätigt ja solche Fälle gibt es und zwar zahlreich besonders schwer wiegen Angriffe aufgrund von sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität so wie du bist darfst du dich nicht auf den Straßen zeigen und überall dort wo Menschen ihre Identität ablegen müssen um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können gefährden wir unsere freie Gesellschaft zu den erfassten Taten kommt die Dunkelziffer die liegt laut Experten vermutlich hoch weil nicht jedes Opfer einer Gewalttat tatsächlich auch den Schritt zur Anzeige geht es mehrere Gründe zum Beispiel leider auch dass wir in der Polizei ein dezentes Rechtsextremismus Problem haben und interessanterweise gerade bei Straftaten die hauptsächlich von Rechtsextremen gemacht werden haben Menschen die queer sind ein bisschen Angst das auch zur Anzeige zu bringen auch weil sie oft nicht ernst genommen werden also es Frauen auch sehr viel die von Opfer von sexualisierter Gewalt wurden die auch einfach nicht ernst genommen werden von der Polizei sehr oft und eben das Problem haben wir auch bei queeren Menschen und bei queerfeindlicher Gewalt dass es einfach nicht ernst genommen wird und deswegen viele Angst haben überhaupt dahin zu gehen denn obwohl es in manchen Bundesländern eine LSBTI Ansprechstelle gibt scheuen sich Opfer immer wieder Anzeige zu erstatten erstatten können die Opfer so eine Anzeige bei der Polizei in Rheinland-Pfalz gibt es dafür eine eigene Ansprechstelle LSBTI das Problem auch von der Polizei geht Diskriminierung aus das ist alles so TI meine Polizei Hauptkommissarin und genau so eine Ansprechpartnerin für Betroffene bei der Polizei in Rheinland-Pfalz aber woran es ist nicht dass ich es schlecht finde dass es so Ansprechpartnerinnen gibt weil ich finde es grundsätzlich gut wenn Menschen dafür theoretisch belangt werden könnten für das was sie tun für die Diskriminierung die sie tun das sieht in der Realität meistens nicht so gut aus liegt es überhaupt dass Betroffene den Schritt zur Anzeige nicht immer wagen und Diana es ist auch gut wenn solche Sachen erfasst werden und Statistiken auftauchen damit man genauer sehen kann wo das Problem liegt das ist auch wichtig immer noch Umsetzung abert Lisa sieht dafür mehrere Gründe da fehlt eben oftmals das Vertrauen in die Polizei und dann muss man auch die Ansprechstelle LSPTI der Polizei kennen um dann zu sagen ich wende mich an diese speziell ausgebildete oder speziell sensible Person das ist auch noch nicht überall bekannt und wenn man sich dann an die wendet dann hört man leider auch natürlich von mir dass wenn es um eine Beleidigung geht oder eine Körperverletzung geht dass man natürlich auch mit seinem Namen in dieser Anzeige Was halt auch richtig kacke ist auch Rechtsextreme ein sehr großes Problem dass die Menschen einfach doxen und ist richtig scheiße wenn die Leute die dich verprügelt haben dich zusammengeschlagen haben die dann wissen wo du wohnst oder rausfinden können wo du wohnst das ist nicht gut landet und das davor haben viele Angst woran liegt das denn ihrer meinung nach dass die zahlen jetzt steigen ein grund ist sicherlich dass die queerfeindlichkeit die im netz entsteht durch fehlinformationen durch hass kommentaren dass die am ende mündet auf der straße in tatsächlicher queerfeindlich also nicht nur im netz ich würde das definitiv nicht aufs netz gewalttaten oder insbesondere beleidigungen aber auch natürlich die arbeit von ansprechstellen lsbti sowie meine arbeit in der community im netzwerk führt dazu dass viel mehr menschen sich trauen das auch anzuzeigen das ist halt also eigentlich ist es richtig gut wenn leute das anzeigen das ist wirklich schwer ich verstehe jeden menschen nicht macht aber ich finde es sehr gut wenn sache angezeigt werden das bedeutet der anstieg ist auch etwas was vorher im dunkelfeld war rückt jetzt ins hellfeld und wie beurteilt die politik diese situation neunzig die grünen und queer beauftragter der bundesregierung was sagt er zu der aktuellen situation in deutschland jetzt kann man ja gewalt und auch vorurteile schwer per gesetz abschaffen aber was muss ich trotzdem auf der politischen ebene tun damit man ein besseres fundament einfach schreibt also für mich ist ein großes thema immer noch eine rechtsextreme partei die regelmäßig gegen queere menschen und auch nicht da sein darf also sorry aber eine partei die aktiv gegen menschengruppen handelt und gegen marginalisierte gruppen handelt und regelmäßig hetzt selbst wenn es um ganz andere Themen geht darf meines Erachtens nach in der demokratie keinen Platz haben weil das ist per sie antidemokratisch menschengruppen auszuschließen und wir haben halt keinen Platz für Intoleranz also müssen wir intolerant sein gegen Intoleranz weil sonst gewinnt die Intoleranz und daher müssen wir halt meines Erachtens nach gegen sowas handeln was darf nicht von auch noch Steuergeldern bezahlt sein Menschen also ich zahle Menschen die aktiv gegen mich hetzen und aktiv gegen meine Rechte sind weiß ich nicht ob ich das fühle to be honest und ich weiß nicht ob die dadurch einfach noch mehr Bühne bekommen sollten und noch mehr bezahlt werden sollten als sie eh schon werden schafft Politik hat ja vor allem die Aufgabe erstmal die Rahmen zu setzen die Gesetze zu machen aber viel viel wichtiger glaube ich für Akzeptanz ist jetzt auch alle an einen Tisch zu holen Gewerkschaften Sozialverbände öffentliche Stellen die Länder die Polizeien um eben deutlich zu machen dass Queerfeindlichkeit uns alle angeht weil es um Demokratie und Menschenrechte geht und die Würde des Menschen Hat die Politik auf die junge Generation bezüglich des Themas da auch nochmal ein Augenmerk drauf Ja also ich nehme mit sehr großer Sorge auch wahr dass beispielsweise in sozialen Medien beispielsweise in TikTok auch immer mehr Accounts entstehen die sehr reichweitenstark sind die auch alte queerfeindliche Vorurteile bedienen beispielsweise die immer homosexuelle Liebe in Zusammenhang mit Kinderschänderei beispielsweise Was auch wieder richtig viel also ich habe das Gefühl ich weiß nicht Ich hatte das Gefühl wir waren da mal weiter von weg aber dass Homosexualität so viel mit Pädophilie und Kinderschändung in einen Zusammenhang gebracht werden ich finde das hat nochmal richtig zugenommen oder die sagen von Transmenschen geht eine Gefahr aus ja ich bin richtig so an was wollt ihr machen frage ich euch was da muss politik und da müssen auch bildungseinrichtungen unbedingt gegenhalten weil ich glaube man hat viel zu lange geglaubt naja es reicht eine pressemitteilung zu schreiben oder vielleicht mal ein twitter jetzt x posting zu machen und das reicht einfach nicht mehr politik muss sehr viel steckert dahin wo junge menschen sind das heißt also die bundesregierung ist sich durchaus bewusst dass die gewalttaten gegen menschen der lsbti community in den vergangenen jahren angestiegen sind und die regierung sieht die aufgabe darin über die diversität von geschlechtsidentitäten und sexualität vermehrt aufzuklären das ist ein ansatz den man fährt um so vorurteile in der gesellschaft abzubauen außerdem will man durch gesetze menschen der lsbti community ermöglichen selbstbestimmter und damit vielleicht auch sicherer leben zu können und ein beispiel das da immer wieder genannt wird ist das sogenannte selbstbestimmungsgesetz das ist im april 2024 in kraft getreten damit können unter anderem trans- und intergeschlechtliche sowie nichtbinäre menschen ihren vornamen und auch den geschlechtseintrag einfacher als bisher beim standesamt ändern deutlich einfacher als bisher also ich habe ja das bisher durchgemacht war ziemlich ätzend bisher musste man da psychologische gutachten vorlegen für eine änderung das war ein oft langwieriger prozess heute ist das anders zu diesem gesetz gab es auch eine menge kritik mehr dazu habe ich euch unten in der infobox verlinkt jetzt ist es aber eben in die tat umgesetzt worden also das da haben wir auch sehr viel zu gemacht wir haben uns ja auch die bundestagsdebatten alle angeguckt zu dem gesetz ähm das war schon krass auch die debatte darum war ja super menschenunwürdig also ich glaube da haben die meisten haben es mitbekommen das war wirklich 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 die zahl der fälle von gewalt gegen menschen aus der lsbti community angestiegen ist das ist durchaus bewusst und das ist in den vergangenen jahren da einen besonderen einstieg gegeben hat das ist auch erkannt es gibt es verschiedene ansätze um das zu lösen aber die frage ist auch wie geht es euch denn mit dem thema habt ihr wie findet euch gewalt geht mir so nicht so gut damit ist vielleicht jetzt komisch aber finde ich so semi geil und share of darkness denke dafür ideen was noch politisch oder gesellschaftlich unternommen werden kann ich glaube da habe ich jetzt einiges gesagt bitte 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 seid laut bitte seid weiter laut bitte geht auf die straßen bitte klärt weiter darüber auf oder teilt sachen von menschen die darüber aufklären und sprecht es auch an wenn ihr sowas mitbekommt in eurem umfeld das wäre sehr wichtig politik muss aber natürlich auch handeln so wie jetzt das kompaktmagazin verboten wurde das ist ein sehr sehr großer schritt ein sehr sehr toller schritt aber das reicht halt eben noch nicht so eine partei wie die afd darf sollte nicht öffentlich einfach auf einer bühne im bundestag hetzen können gegen queere menschen oder genauso wie andere blätter wie die bild oder die welt und co die sollten das auch nicht dürfen wo würdest du sagen muss beim sbgg nachgebessert werden müssen wo findest du es gut also das ist auf jeden Fall auch noch ein ding was verbessert werden sollte was ja gottselein rausgeflogen ist aus dem sbgg ist die geschichte mit an die behörden weiterleiten die daten das war anfangs noch drin und sollte war geplant das war richtig übel gewesen ich finde die drei monate wartezeit ziemlich unnötig weil queere menschen oder trans menschen halt wirklich sehr lange darauf warten ihre namen und personenstandsänderungen zu machen und dass sie dann nochmal zusätzlich drei monate warten müssen verstehe ich nicht ich verstehe die altersgrenze nicht jetzt da ist die war vorher beim tsg nicht da ich weiß nicht warum sie die jetzt eingebaut haben da hätte ich noch gerne nachgebessert weil auch kinder können trans sein auch selbstbestimmt sein es ist auch immer noch nur eine namensänderung ich verstehe nicht warum da immer so groß drüber diskutiert wird und warum das so als das schlimmste der welt angesehen wird das ist am ende etwas was man wieder rückgängig machen kann es ist keine op es ist kein medizinischer eingriff oder irgendwas es kann alles wieder rückgängig gemacht werden lass die kinder sich ausprobieren bitte das wäre sehr schön weil es doch das schönste wenn wir kinder haben die sich sicher sind in dem was sie sind in dem sie sich einfach ausprobieren können weil wenn man es wieder rückgängig macht macht man es halt wieder rückgängig dann ist das so das ist relativ easy deswegen verstehe ich die wartezeit nicht ich verstehe das die alte ganze nicht dann gibt es noch diesen blöden Paragraf beziehungsweise bezüglich der Wehrpflicht dass ich glaube drei Monate vorher oder so man das wieder rückgängig machen kann wenn ein Ernstfall eintritt das heißt das heißt dass du kannst deine Namen- und Personsstandsänderung gemacht haben und dann kommt irgendwie ein Kriegsfall und der Staat sagt nee Moment mal nee das machen wir wieder rückgängig das darfst du nicht und währenddessen auch nicht das gilt aber tatsächlich nur für Transfrauen also ist nur eine spezielle Diskriminierung ähm weil dann angeblich gesagt wird dass man das dann ja macht um sich aus dem Wehrpflicht zu entziehen ähm da hätte man aber auch einfach die Wehrpflicht einem etwas anpassen können aber nein man schreibt lieber was Diskriminierendes in ein Gesetz hey ist ja so viel besser ne ist ja so viel besser und davon abgesehen gibt es auch ganz viele andere Wege wie man aus der Wehrpflicht ausbreiten kann in dem Fall aber die viel einfacher sind als das Selbstbestimmungsgesetz und alle Sachen zu ändern deswegen das sind so Sachen die ich einfach nicht so also nicht nachvollziehen kann wo ich mir auch wünschen würde dass die nach und nach wieder rausfliegen ich glaube da war noch irgendwas das fällt mir aber gerade nicht ein ein Offenbarungsverbot ist auch abgeschwächt worden was denkst du ab welchem Alter sollen Menschen laut SPG ihre Daten ändern dürfen also wie jetzt also keine Altersgrenze warum brauchen wir eine Altersgrenze geht ja wirklich nur um Namen und Personenstandsänderungen es ist nicht mehr es ist wirklich irrelevant deswegen ich verstehe es nicht es war mein Stress mit dem SPGG hab jetzt im Januar einfach dann noch TSG angefangen und hab jetzt ein paar Wochen durch konnte einfach nicht mehr warten verstehe ich gut das ständige Hin und Her zwischen ganz gutem Entwurf und schlechtem Entwurf gerade das Behördending und der Wartezeit haben mich echt abgedörnt das verstehe ich das verstehe ich sehr ich habe SPG ja auch das TSG auch durchgemacht das war auch nicht geil also wirklich nicht aber ich konnte im Zeitpunkt auch definitiv nicht mehr das ist aber jetzt schon was länger her aber ich verstehe auch dass du dann nicht mehr warten konntest und Marken gerade gehört Offenbarungsverbot abgeschwächt zauere Räume gerade Küche auf wie wo was also vom TSG zum SPGG wurde da ein bisschen aufgeweicht das ist aber generell auch einfach kein gutes Offenbarungsverbot weil du musst halt irgendwie vor also der Person beweisen dass sie das aus dem und dem Grund gemacht hat und Familie und Freunde sind irgendwie ausgeschlossen oder irgendwie Kinder sind ausgeschlossen bei dem Thema und ich denke mir so nein warum wenn dir deine Familie was Böses möchte und deswegen was öffentlich macht kannst du die nicht deswegen anklagen weil es ja Familie also ich verstehe das nicht also ich habe auch Teile der Familie die mir was Böses wollen und das weiß ich nicht da hätte ich das ungerne wenn die das äußern dann schreibt uns das gerne unten in den Kommentaren und bitte bleibt fair dabei darum geht es ja auch bei diesem Thema und natürlich gibt es noch jede Menge weitere Videos zu dem Thema wir haben hier mal zwei verlinkt in dem da oben geht es um Gewalt gegen lesbische Frauen das Video ist von unseren Kollegen von Reporter und direkt darunter findet ihr ein Video da geht es um Transmenschen das Video ist von ich glaube das haben wir beides schon gesehen ja danke für das Video war ein ganz gutes Video was das alles ganz gut gezeigt hat auch die Menschen mit denen gesprochen wurden waren mal gute Menschen das finde ich schön also Menschen die auch was die Ahnung auf ihrem Gebiet haben das fand ich sehr deswegen danke für das Video ich glaube ich habe sehr viel gelabert während des Videos ist halt so wenn ihr das hier auf YouTube seht Abo da Kommentar da auch zu eurer Meinung zu dem Thema das würde mich sehr freuen ansonsten dann YouTube schaue das ich schaue